Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, aus dem Lager, ihr seht mich mal wieder. Ja, lang, lang hat es gedauert, jetzt ist es endlich fertig geworden. Und zwar mein Video zum dritten Quartal, meine besten Sales. Ihr wisst, ich zeige euch das jetzt mittlerweile eigentlich jedes Quartal, was ich so verkauft habe. Erzähle euch ein bisschen was dazu, das seht ihr gleich. Ansonsten wollte ich mich nochmal für den Support bedanken, auch wenn jetzt in letzter Zeit nicht viel kam. Ja, ihr wisst, Kind, Familie und so weiter. Alles nicht so einfach unter einen Hut zu bekommen und da geht das natürlich auch vor. Aber ich will nicht jammern, ihr seht gleich meine Sales. Ich erzähle euch ein bisschen was. Soll einfach als Inspo für euch dienen, für zum Beispiel nächstes Jahr für den Flohmarkt. Und ja, ich würde sagen, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo und dann starten wir rein in das Video. Let's go! Kommen wir also zu einer meiner allerliebsten Lieblingskategorien und zwar den Pokémon-Karten. Ihr seht hier schon, ich habe hier dieses Glurak alleine viermal gezogen und viermal auch verkauft. Einmal zum Graden geschickt, also dreimal verkauft. Dann haben wir hier wie immer auch gegradete Karten. Finde ich mittlerweile richtig, richtig nice die Nische. Kann man teilweise wirklich günstig aufkaufen und dann relativ teuer verkaufen. Auch als Auktion gingen die immer richtig, richtig gut weg. Und ja, Traffic ist eigentlich so gut wie alles bei Ebay. Und ja, das hat sich auch auf meine Sales wieder gespiegelt. Seitdem ich mehr Auktionen starte, sind die Sales richtig, richtig gut und auch viel mehr Follower und so weiter. Auch hier nochmal eine richtig teure Karte. Ja, wirklich wunder, wunderschön. Aber mittlerweile, man kann nicht mehr alle Karten behalten. Und ja, bei dem Preis, ich weiß nicht, wobei die, also welcher Preis jetzt gerade da aktuell ist. Aber da wurde sie auf jeden Fall noch ziemlich, ziemlich teuer verkauft. Dann kommen wir zur nächsten Nische und zwar den Plüschis. Auch hier war Pokémon vertreten, aber auch so, ja, Marken wie zum Beispiel Niki. Niki würde ich auch immer noch mitnehmen. Manches liegt lange, aber ja, ist halt nicht mehr so das Modernste, sag ich mal. Aber immer noch sehr, sehr beliebt. Auch Sachen von der Sesamstraße zum Beispiel sind super beliebt. Dann haben wir hier noch, ja, Pokémon hatten wir. Und ja, Plüschtiere sind nach wie vor auch eine super tolle Nische, weil sie einfach super gut zu lagern sind. Und man auch beim Verpacken nicht viel Aufwand hat. Nicht wie bei Tassen oder so, dass man sie doppelt und dreifach einpacken muss. Und ja, deswegen, ja, hat sich das definitiv gelohnt. Und Plüschtiere, da gucke ich eigentlich auf den Flohmarkt fast immer als allererstes hin, weil, wie gesagt, sie sind leicht einzustellen, leicht zu verpacken, leicht zu lagern. Und ja, solche Nischen bevorzuge ich natürlich. Und wie immer durften natürlich Tassen und Gläser nicht fehlen, aber auch diesmal ein paar Becher tatsächlich. Und zwar solche Konzertbecher zum Beispiel oder auch, ja, aus dem Stadion hier jetzt von Borussia Dortmund. War wirklich eine super gute Nische. Und auch hier eben der Vorteil, kann nicht so schnell kaputt gehen, wenn man es verpackt. Deswegen kommt mir das auch sehr entgegen. Aber auch ein paar richtig tolle Tassen waren dabei. Und hier der Becher, richtig, richtig crazy. Wusste ich auch nicht, dass die so teuer verkauft werden. Denn, ja, keine Ahnung, wer dazu Infos hat, wieso, weshalb, warum, kannst mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Aber, ja, das war auf jeden Fall, den habe ich eingestellt für, ich glaube, 32,99 Euro, 30 Euro Preisvorschlag. Zack, rausgeballert. Also, ja, was will man mehr? Und ansonsten, ja, waren noch ein paar andere Gläser dabei. Hier so eine Cola Gläser, die, ja, standen bei mir schon sehr, sehr lange rum. Man sieht das bei mir immer bei den, also bei den Bildern. Wenn ich die nicht freigestellt habe, das sind immer ältere Produkte. Und, ja, da freue ich mich natürlich auch sehr, wenn es dann endlich verkauft ist. Dann habe ich natürlich auch wieder ein paar schöne Spiele verkauft. Nintendo DS Games lassen sich supergut verschicken, supergut einstellen. Und, ja, Maxibrief, Großbrief, je nachdem, kann man sie sehr, sehr gut versenden. Deswegen nehme ich sie super gerne auch mit, wenn sie günstig sind. Hier auch ein richtig tolles Spiel. Da habe ich einen richtigen Schnapper gemacht. 34 Euro habe ich dafür bekommen. Lag ein bisschen länger, aber ich glaube, ich habe auch nur 2, 3 Euro für gezahlt. War tatsächlich auch eine Überraschung für mich, dass das so, so teuer verkauft wird. Und, ja, ich freue mich natürlich da umso mehr, wenn da noch ordentlich Gewinn hängen bleibt. Hier auch noch ein Klassiker für ein PC, ein Disney-König der Löwen-Spiel oder so ein Zeichentrick-Film. Ich weiß es nicht. Ich habe es nicht ausprobiert. Auf jeden Fall auch mal für einen Euro auf dem Flohmarkt gekauft. Und, ja, relativ teuer in meinen Augen verkauft. So, dann kommen wir ein bisschen zu gesammelten Werken. Hier seht ihr auf jeden Fall Figuren, beziehungsweise eine Figur. Die war jetzt stellvertretend dafür, gerade im Herbst und Winter, habe ich das Gefühl, verkauft man Figuren viel, viel, viel besser. Klar, die ganzen Sammler kommen wahrscheinlich aus ihren Löchern. Deswegen, ja, gehen die immer gut. Auch Disney gerade. Dann haben wir hier auch M&Ms. Das sind so kleine, die waren wirklich winzig, Werbefiguren. Da habe ich einfach, erst wollte ich sie alle einzeln einstellen. Tatsächlich hat sich das aber nicht gelohnt, weil der Versand einfach so teuer ist. Ihr müsst halt bedenken, bei so einer kleinen Figur, da bezahlt man schon 2,75 Euro Versand. So habe ich jetzt alle zusammen verkauft für 20 Euro. Die gehen dann halt in ein Päckchen und weg. Und deswegen hat sich das definitiv mehr für mich gelohnt. Und da würde ich auch immer darauf achten. Mittlerweile stelle ich oft Konvolute zusammen. Dann lohnt sich das einfach besser mit dem Versand. Und hier seht ihr direkt ein nächstes Beispiel dafür. Und zwar diese Kassetten. Einzigen gehen die vielleicht für 2, 3 Euro weg. So habe ich jetzt 10 Stück für 20 Euro verkauft. Ist viel, viel weniger Aufwand. Und ja, da habe ich auf jeden Fall einen Preisvorschlag angenommen. Ich glaube, ich hatte das für 24,99 Euro drin. Mittlerweile bin ich da recht spendabel. Aber man muss sich auch überlegen, wenn ich 10 Cent irgendwie pro Kassette zahle, da kann man auch wirklich ganz gut mit dem Preis runtergehen, denke ich. Hier ist jetzt mal ein Beispiel für eine etwas teurere Kassette, die ich verkauft habe. Ja, Kassetten liebe ich nach wie vor. Nehme ich wirklich richtig gerne mit. Ich stöber da auch total gerne durch. Ich habe schon einige, einige Schätze gefunden, wo ich erst dachte, das ist überhaupt nichts wert. Also wirklich Konvolute irgendwie mal durchschauen und so, wenn man die ankauft. Ist super, super wichtig. Und ja, hat sich definitiv gelohnt. Und hier ist ein Exemplar. Das habe ich, also diese Sex and the City Staffeln, habe ich richtig, richtig lange in meinem Shop gehabt. Die habe ich mal irgendwann für einen Euro gekauft. Und der Zustand war aber nicht der schönste. Wollte es eigentlich für 20 Euro verkaufen. Ja, 15 Euro Preisverschlag und weg damit. Und auch hier, also immer wenn so glatte Preise sind, 10 oder 15 Euro, nichts mit 99 oder so hintendran, dann habe ich meistens einen Preisverschlag angenommen. Und ich finde halt mittlerweile, wenn der Einkaufspreis passt, dann kann man auch die Ware, die muss sich halt drehen, wie man so schön sagt. Und wenn die nur zu Hause verstaubt, macht das auch überhaupt gar keinen Sinn in meinen Augen. Und diesen Artikel hatte ich auch richtig lange in meinem Shop. Das ist halt irgendwie so eine coole Figur. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Gab es, glaube ich, mal irgendwo mit dazu. Oder aus irgendeiner Box. Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja, irgendwann verkauft sich tatsächlich alles. Zum Schluss möchte ich euch gerne noch einen Tipp mitgeben, den ich auch selber erst, ja, für mich entdeckt habe. Auch wenn ich mich ewig davor gesträubt habe. Aber wenn ihr gute Produkte habt, traut euch einfach mal Auktionen zu machen. Hier habt ihr jetzt ein paar Artikel gesehen, die ich wirklich, ja, als Auktion eingestellt habe. Das seht ihr immer daran, dass ich da ausnahmsweise noch Plusversand habe. Natürlich möchte ich nicht bei 1 Euro dann auch noch Versand zahlen müssen, falls es wirklich nur für 1 Euro weggeht. Aber ich sage euch, es hat mir richtig viele Wiederholungskäufer gebracht. Es hat mir richtig viele Aufrufe gebracht. Richtig viel Traffic. Die Leute haben teilweise auch mehr gekauft. Nicht nur diese 2, 3 Sachen. Und ja, deswegen kann ich euch wirklich nur empfehlen, ans Herz legen und habt da nicht so eine Angst vor. Natürlich sollten es jetzt nicht die High-Class-Produkte sein, wo ihr richtig teuren Einkaufspreis hattet. Es muss irgendwie schon passen. Aber traut euch einfach mal. Denn, wie gesagt, meine Follower sind auch total nach oben geschossen. Und dadurch, wie gesagt, auch die Wiederholungskäufer und auch der Traffic. Und jedes Wochenende kommt da safe immer richtig gutes Geld rein. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen Inspiration sammeln. Ich bin immer wieder erstaunt, was doch da alles so verkauft wird. Auch so Dinge, die schon ewig im Shop sind. Manche Sachen gehen ratzfatz weg. Also, ja, sollte einfach ein bisschen als Inspo für euch dienen. Und es kommt dieses Jahr auf jeden Fall noch ein Video raus. Das ist sogar schon fertig, was meine Top-Nischen waren. Und ja, was ich auch nicht so... Und ein Video halt, das mache ich auch jedes Jahr, was ich halt nicht mehr mitnehmen würde. Deswegen seid gespannt. Ansonsten lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo. Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und denkt mal daran, the sky is the limit. Ciao, Kakao!